es ist ziemlich schwer was ich hier in meinen händen halte ungefähr 30 bis 40 cm groß und besteht aus verschiedenem material farblich schwarz und gold wenn ich von unten nach oben beschreibe unten ein schwarzer sockel schwarzer stein dann kommt eine goldene kugel ein goldener gefühlt tannenbaum und dann ein tier mit zwei flügeln zwei füssen einem schnabel fühlt es sich gut an das in den händen zu halten ein bisschen unangenehm und sperrig und ich wüsste jetzt nicht was damit machen du könntest es zum beispiel in die luft strecken und eine siegerpose einnehmen denn du hast in den händen eine trophäe nämlich genauer gesagt den goldenen pokal für das skirennen de la première nage von valdisère 1979 gewonnen hat diese trophäe marie therese nadig und über sie und ihr verhältnis zu den trophäen werden wir heute sprechen anis busch ein gruss aus der sammlung des alpinen museums der schweiz ich bin michelle huwiler und hier am alps alpines museum verantwortlich für die sammlung und sammlungsvermittlung ich bin garmin siegenthaler auch am alps verantwortlich für veranstaltungen und vermittlung michelle du hast uns vorhin gesagt mit was wir das hier zu tun haben von diesen hübschen glänzenden adler pokalen haben wir insgesamt sieben was weisst du über deren geschichte gewonnen hat diese haben diese trophäe alle marie therese nadig und zwar zwischen 1978 und 1981 marie therese nadig liebte dieses skirennen und dieses skirennen liebte sie sie hat da einige male nacheinander gewonnen und sie stehen auch so ein bisschen für die dominanz die marie therese nadig damals hatte im skizirkus also gegen ende ihrer karriere hat sie wirklich alles gewonnen und die saison jeweils dominiert und sie war sozusagen der erste weibliche skistar wenn wir gerade bei diesem pokal bleiben oder beim pokal allgemein ist das was von ihrer karriere übrig bleibt ja also wenn man skirennen gewinnt dann bekommt man jedes mal eine trophäe marie therese nadig wusste auch nicht so recht was sie damit anfangen soll sie hat die gesammelt aber sie hat immer gesagt die trophäen selber bedeutet jetzt nicht wahnsinnig viel also wenn man jetzt auf diese vitrine schaut und auch schaut wie die so aussehen und was da alles zusammenkommt irgendwie zinnkannen und becher und krüge und teller ist das ja auch eine ziemlich skurrile ansammlung von seltsam gestalteten dingen in einer art sieger geste und ja ich verstehe sie da dass sie die auch nicht so bei sich zu hause aufstellen will gibt es schönere dekorationen für ein wohnzimmer da kann ich auch sehr mitgehen wir stehen jetzt hier vor dieser schaubox oder sehen diese schaubox aber es war ein weiter weg bis hierhin du hast sie ins depot eingeladen und auch noch ein weg davor magst du mir von diesem weg oder der geschichte erzählen sehr gerne also marie therese nadig stand so ein bisschen vor der frage ja was mache ich mit all diesen plunder und war dann sehr froh als das sportmuseum der schweiz eigentlich wichtig sich dafür interessierte diese trophäen von ihr zu übernehmen und sie aufzubewahren da waren sie auch eine weile 208 objekte insgesamt gehören nur zu dieser trophäen sammlung und das sportmuseum das ging aber 2018 konkurs das bundsamt für kultur änderte seine museumsförder strategie und das sportmuseum erhielt daraufhin keine förderung mehr vom bund und da ging es darum diese große sammlung von über die sportgeschichte der schweiz aufzulösen und sie haben bei verschiedenen museen gefragt ob man bereit ist etwas zu übernehmen und wir haben dann gesagt ja marie therese nadig weil sie so eine große bedeutung hat für das skirenn fahren und viele ältere personen heute sich auch sehr gut an sie erinnern kann sie war so eine richtig prägende figur eine charakterfigur die man ins herz geschlossen hat dachten wir ja wir möchten diesen nachlass übernehmen damit wir auch ein bisschen die geschichte erzählen können vom skifahren das spätestens in den 70er jahren zu einem massensport geworden ist ihr habt schliesslich zehn objektgruppen gewählt wart ihr euch irgendwo uneinig oder war das so ein smoother prozess nein also das war eigentlich so wir haben alles übernommen vom sportmuseum und als wir da in münchenstein hatten die ihr lager und wir sind da eingetroffen irgendwie 2020 21 und waren erst mal ein bisschen erklüpft was da weil vorher hatte man einfach nur eine excel liste und das konnte man sich so aufgrund dieser excel liste nicht so genau vorstellen was dazu gehört und dass wir dann in münchenstein waren zu dritt der zivi anton flückiger unser mitarbeiter und ich und haben auf diesen paletten gesehen was das ist irgendwie eine figur aus getrockneten zwetschgen irgendwie ein ein spur von einem cowboy stiefel eine riesige schrank mit medaillen haben wir uns so angeschaut und gedacht oh gott was wollen wir damit also weil wir sind kein museum das einfach trophäen aufbewahrt das sportgeschichte ist ein teil von unserem museum aber also von unserer sammlung aber jetzt auch nicht der wichtigste und wir waren so was wollen wir das ist eine riesige masse und du musst dir vorstellen weil jedes ding das wir da übernehmen 208 objekte müssen wir inventarisieren also wir müssen beschreiben was ist das was bedeutet dass von wann ist das eine riesige arbeit das alles zu recherchieren und es war dann irgendwie klar ja also das bringt sich nicht wenn ich das einfach so alles übernehmen und wie gehen wir jetzt hier vor was wählen wir aus und da haben wir uns dafür entschieden maritäris nadig lebt ja zum glück noch und wir haben uns bei ihr gemeldet und gesagt hey können wir vielleicht mal zusammenschauen was bedeutet dir wirklich etwas wo versteckt sich eine geschichte dahinter wo hast du so vielleicht ein bisschen dein herz daran gebunden weil alles das können wir wirklich das das ist nicht sinnvoll zu übernehmen wenn ihr die pokale so wenig bedeuten hat sie euch alle pokale gegeben sind die 208 alles was sie hat nein das hat sich dann auch erst da eigentlich herausgestellt wir haben so die die zwei goldmedaillen also maritäris nadig ist 1972 wirklich so eigentlich völlig aus dem nichts mega berühmt geworden weil sie als 17 jährige zwei goldmedaillen gewonnen hat an der olympiade und das war eigentlich erst so der zweite winter in dem sie wirklich so professionell ski gefahren ist wenn man das für diese zeit überhaupt schon so sagen kann und das war natürlich eine riesen sensation und diese zwei goldmedaillen die haben wir so vermisst unter dieser sammlung und es hat sich dann auch noch herausgestellt dass sie diese zwei und eigentlich die große kristallkugel die für den gesamtweltgöp sie 1981 steht die beides nicht dabei in der sammlung also es gibt schon nicht materiell und dann doch irgendwo ein bisschen eine geschichte oder vielleicht auch etwas emotionales drangehängt ja das also es geht ja auch ein bisschen zusammen es sind ja alle leute wollen diese gesamtweltgöp kugel oder diese zwei goldmedaillen sehen und dann ist vielleicht selber schon auch so haja das hat eine große bedeutung und gibt man dann vielleicht ein bisschen weniger leicht aus der hand ich möchte noch ein weiteres objekt herauspicken und nämlich diese wunderhübsche tannenzapfenfigur was ist deren geschichte und wie würdest du sie beschreiben ja die ist sicher so die schrägste figur von all diesen dingen die wir jetzt aufgenommen haben sie steht stellvertretend für eine ganze menge so fern geschenke die maritäris nadig erhalten hat wir dachten einfach wir möchten eine davon aufnehmen weil es wirklich irgendwie auch berührend ist und und speziell dass wirklich fans ihr dinge schenken und sie schenken ihr seltsame dinge also das ist so eine figur die besteht aus zwei tangenzapfen die hat haare ein kopftuch also ein party schirmchen in der hand also steht so ein bisschen eine oma da und ich denke man könnte sie in jedem souvenir so souvenir markt turi souvenir markt in den 80er jahren gekauft haben das ist eigentlich eine überhaupt nicht schöne überhaupt nicht wertvolle figur aber irgendeine person hat gedacht dass das sie maritäris nadig mit dieser eine freude macht sie kann sich nicht mehr so genau erinnern von wem sie die erhalten hat aber sie kann sich auch an alle anderen souvenirs die sie von fans erhalten hat nicht genau erinnern von wem sie die gekriegt hat und wir dachten einfach so eines wäre noch hübsch zu haben du hast im vorgespräch gesagt du hättest die rosinen ihrer objekte gepickt was findest du sind die rosinen in in marie therese nadigs leben sie hat schon in den treffern uns erzählt dass die sport also dass der sport ihr wahnsinnig wichtig war also sie wollte einfach als kind immer ski fahren es war ihre leidenschaft und damals konnte sie sich eigentlich gar noch nicht vorstellen dass das wie ein beruf sein kann also dass man profisportlerin sein kann sie kann sich nicht erinnern dass vor ihr schon eine profiski renn fahrerin gab aber sie ist einfach ihrer leidenschaft gefolgt und war dann einundsiebzig bis einundachtzig zehn jahre in diesem skirenn zirkus eigentlich auf der ganzen welt unterwegs und sie sagt schon die siege haben ihr etwas bedeutet und der sport allgemein was man in sport lernt also dass man ein ziel hat dass man konsequent verfolgt oder dass man nach so ein bisschen durchhalte willen zeigt teamgeist und so weiter das sind dinge die sie sagt hat sie im sport auch fürs leben gelernt weitere rosinen sind vielleicht auch noch ihre karriere als trainerin also sie hat zwar einundnachzig aufgehört ski zu fahren aber sie war dann auch noch ski trainerin und war eigentlich auch da eine pionierin also sie hat zu uns gesagt man konnte sich damals gar nicht vorstellen dass eine frau das kann also skifahrer innen trainieren und auch da hat sie quasi neue wege eigentlich vorgespurt und musste dabei auch einiges einstecken und in all dem wir haben sie jetzt schon ein paar mal gehört bescheidenheit was glaube ich schon zu ihr als beschrieb am boden geblieben das sind worte die gefallen sind und eben dieses nicht materielle das du schon erwähnt hast also dass sie das nicht so an materielles knüpft verliert dann ein pokal nicht auch an bedeutung als sammlungsobjekt wenn eigentlich der erfolg die geschichte der rekord das werk dahinter für diese person gar nicht an das geknüpft ist ja das ist eine sehr spannende frage also da stellt sich auch für mich ein bisschen zu die sinnfrage so okay sie ist eine sehr bedeutende sportlerin eine außergewöhnliche persönlichkeit was müssen wir eigentlich aufbewahren um das zu würdigen oder auch sichtbar zu machen oder zu erinnern weil diese pokale da steckt ja nichts von ihr eigentlich drin und wenn sie ihr selbst auch nicht so viel bedeuten ist schon die frage so sollen wir was machen wir das museum damit oder wie schaffen wir es dass mehr erinnerung von ihr bleibt das einfach diese ein bisschen altmetall altglas wenn es jetzt diesen podcast nicht gäbe wie bleiben uns dann all diese gespräche mit marie therese nadig all diese geschichten erhalten wir schauen natürlich schon wenn wir so einen bestand übernehmen dass wir den dokumentieren dass wir das gespräch das wir zum beispiel mit ihr geführt haben auch ablegen in unseren nachweis akten und so ist es eigentlich wie für künftige museumsmitarbeitende auch zugänglich was das bedeutet und und in welchem kontext das steht aber also niemand kann das so gut vermitteln wie sie selber und solange sie da ist sollten wir ihr zuhören wenn wir jetzt noch mal ein bisschen rauszummen auf die schaubox schauen auf die pokale die nun uns gehören als halb diese melange antropäne was sagt jetzt diese schaubox aus wir haben hier extra eigentlich zu viele dinge gezeigt also wir haben nicht alle die die in dieser schaubox stehen in die sammlung aufgenommen sondern nur diejenigen die eine etikette dran haben gehören wirklich zu unserer sammlung und das andere ist eigentlich ich biete noch ein beispiele dafür wie unterschiedlich oder wie wie zusammengewürfelt diese dinge sind und ich glaube ähm es soll die frage auslösen so was bleibt eigentlich genau von einer erfolgreichen sportler karriere ähm sind es diese dinge die diese siege und diese diesen erfolg würdigen und wenn nicht was was ist es dann oder was müsste denn sonst in dieser schaubox sein um diesen erfolg eigentlich zu würdigen marie teres nadik hat uns gesagt den rest können wir wegwerfen von ihren pokalen und lässt uns jetzt eigentlich die entscheidung ein bisschen übrig ganz ehrlich was sagt dein gefühl was wird dir am liebsten was damit geschieht wir haben die trophäen und pokale mit ausnahme derjenigen die jetzt hier in der schaubox ähm stehen die wir eigentlich aussortiert haben jetzt schon eine weile eigentlich so im depot in kisten und steht eigentlich wie zum weggeben haben wir haben auch ein bisschen hemmungen das weg zu geben ähm also ihr ist es wirklich egal sie hat gesagt ja ihr könnt es ja vielleicht gibt es für den sinn noch ein bisschen materialwert oder so ähm wir haben kontakt aufgenommen mit einem skimuseum vielleicht gibt es da noch was weiter aber die chancen sind halt nicht sehr groß weil eigentlich die wertvollsten dinge jetzt schon weg sind und es bleibt ein bisschen ein seltsame mix von trofäen aller möglichen weltcup rennen übrig oder auch kleineren rennen und ja vielleicht müssen wir dann uns noch etwas einfallen lassen ob wir die die pokale vielleicht auch verschenken oder versteigen vielleicht gibt es menschen die da ja noch freude dran haben du hast vorher gesagt dass es eigentlich am besten ist wenn man all diese geschichten von einer person hört die so richtig nah an den objekten dran ist maritäris nadix stimme fehlt das fällt auf warum ist sie heute nicht hier wenn du so berühmt bist wie maritäris nadix ähm und eine so lange und erfolgreiche karriere hast dann bist du auch mit 70 noch ein sehr gefragter person sie hat dieses jahr einen runden geburtstag gefeiert und ist glaube ich das ganze jahr beschäftigt gut eine einzulösen sie musste sich deshalb entschuldigen sehr schön an dieser stelle danke vielmals maritäris nadix für all deine zeit für all deine pokale für all diese gespräche die wir mit dir führen durften und danke dir michelle für deine geschichten und perspektiven danke korn